Warte mal, ich setze Spawn Beacon. Ich kann nämlich bei der Verstärkerstation schon spawnen. Hättest du halt ziemlich schnell irgendwie mit der Fiori, das ist richtig geil, ne? Du warst echt geiler Scheiß. Dass du echt geilen Scheiß hast. Da geht was, da kann man echt was mit anfangen. Ich hab nicht gedacht, dass wir den jetzt in den paar Schuss so schnell runterkriegen. Und ich hab vor allem jetzt zwei Tote, also zwei Kills, ohne dass wir überhaupt wirklich mal gefeitet haben. Ja, das ist doch mal was. Oh, oh shit. Aber das Beste fand ich immer noch die Sky, dass wir die einfach so mal so weggeholt haben. Dann ist sie doch gegen Stein geklatscht, oder was? Ne, die ist da gestanden, weil sie den anderen beschossen hat. Und dann hab ich sie mir einfach geholt. Die haben ja auch nur eine Papierhülle gegen den Fiori. Dann war die hier im Baumstumpf. Ja, in dem Baumstumpf, genau. Das sind auch mal die beiden Drumwegpunkte. Ne, noch nicht da. Ne, nichts. Nichts da. So, dann fahren wir mal gut, wo es käme, wo ein bisschen was ist. Da ist relativ wenig momentan noch los. Gerade die Straße runter. Nach rechts runter und dann... Ne, ich glaub, die brauchen eine Weile, bis sie wieder respawnen. Ach, ne, jetzt ist ja eine Mauer. Ach so, ich bin ja auch nur ein Spion. Nein, will ich nicht, und dann wird es mir, glaub ich, nicht helfen. Gucken wir uns mal so. Ah, ja, ja, ja. Oh, yeah. Da sind wir auch hochgekommen. In dem Ding kommst du überall hoch. Ja, ups. Ups. Ah, das war nicht so. Aber ich hab jetzt auch schon 4 FPS runtergegangen. Wo hab ich einen Wegpunkt hingesetzt. Also steckst du schaffen wir den Pole da? Welchen? Ich hol... Ähm, ups. Warte, ich geb dir mal ein Lied. Ah, den Pole. Äh, ah. Warte, ich versuche mir mal zu holen mit dem Ding. Warte, 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 komm. Ja, holen du dir. Ach so, Panzermänen. Ah, shit. Der hat auf die Panzermäne geschossen. Wird auf dich geschossen, damit hat er die Panzermäne geschossen. Naja, aber ich hab jetzt so einfach mal in 20 Minuten 2,5.000, 3.000 Punkte gemacht. Ich auch einfach mal nur durch ein bisschen Farben und so, und gehen wir jetzt. Geh mal so warten, bis die Technik anlage gedreht. Ich meine, die Verstärkerstation gedreht ist. Wart mal, ich setze Band bieten. Ich kann nämlich bei Verstärkerstation schon spawnen. Hm, naja, wir können den anderen Punkt auch gleichzeitig angreifen, weil wir den Nebenpunkt haben, denn... Ähm... Ja gut, du bist ja auch da. Ich hab mal, du konntest nicht spawnen, deswegen wollte ich Dings setzen. Das war ein Boot. Ja, hat doch geklappt. Gott, dann gehen wir hoch und verteidigen. Ah, da könnt ihr noch ein paar rumcampen. Ein paar viele. Oh mein Gott, leckt das Grat, sag ich nur. Echt? Ach, scheiße. Ja, bei mir geht's auch grad schön der Bach runter. Das FPS? Ja, ja. Ich bin jetzt bei 30 noch. Noch 30. Wie viel Reine hast du noch weniger im Gefecht? Jetzt bin ich bei 22. Sehr egal, auf Hosing kann sie nicht richtig aufnehmen. Das leckt so behindert. Oh, da kann man ja nicht viel lösen. Ne, nicht wirklich. Wollen wir da doch lieber an den Kontinent gehen? Ja, wäre glaube ich die beste Möglichkeit. Ich gucke, ob wir mal reinkommen und da ein bisschen helfe. Äh, sagen wir mal ab. Das lohnt sich hier nicht. Oh, der hat auch die Schminke. Ja, das werde ich auch wieder ändern, weil das ist mausig aus. Ne, die Maus, äh, die Mausschminke, die Clownschminke gehabt. Oder wir können den Hüben noch mal probieren bei Ford Drexler. Das wird grad eingenommen, aber... Wird schon am Meer. Achso, ja, gut. Ich komm sofort. Ich komm. Dann hol ich irgendwie Reaver oder Ding. Walküre. Machen wir Walküre. Machen wir zusammen. Ähm. 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 Am Meerisch. Verlegen. Aber da ist auch schon die... Ja, gut, aber da ist die FPS-Zahlen besser. Auf jeden Fall. Am Meerisch. Warum kann ich jetzt hier nirgends wo mehr spawnen? Ah, jetzt kann ich auf dem Spawn. Ja, ich kann ja überhaupt erst spawnen. Ich kann jetzt halt nicht spawnen können. Was? Team Server Info, der Autodescription. Achso. Ja. Klingt was anderes. Hm. Ja, klasse. Wir können ja nur auf Arme spielen, die ja noch ein Signal belegt. Klingt ja nichts anderes. Ja, das ist jetzt nicht mal gescheite FPS wieder. Warte, ich komm, ich komm. Über dir ist mit der Ecke. Äh, warte, mein PC will ich fahre. Äppeln. Und bumm. Wieso, was machst du denn? Ich bin in Shift, ähm, Shift Hop gegangen. So, jetzt. Und dabei ist es halt passiert, dass ich dauerhaft, äh, losgeflogen bin. Also nach, gerade, also hochwärts. Okay. Hier hin. Mein Captain in diese Richtung. So ungefähr. Oh, was ist hier los? Ist auch, das ist so gnomel los. Ja. Aber wenigstens besser FPS zahlen. Ja, eben, sag ja, das ist, weil die Shader hier einfach nicht so extrem überladen sind. Finde ich. Also, es sieht zwar alles schön grafisch aus, aber auf Hosen ist es halt mit den ganzen Schatten und Ding einfach brutalst überladen, so. Was ist das? Wenn wir dann eine richtige Grafikkarte haben, stellt man auf Ultra dann noch First X und dann wenn man vor dir was explodiert, Alter, dann denkst du dir, da siehst du gar nichts mehr. Ich, ich habe auch mal eine Zeit lang auf Ultra, aber a, wird dann der PC schon warm und beim Zocken bringt das auch nicht gerade so, die, es sieht zwar schön nice aus, warten wir noch ein Stück hoch, Stück hoch. Nein, zu weit, Mist. Na ja, geknallt ist. Ach so, haben wir noch viel? Sag's mal, wenn ich raus muss. Ah ja, da oben sind. Jetzt sollten wir dann langsam mal raus. Wir können noch dranbleiben. Können wir noch? Gut. Dann suchen wir noch einen Gegner. Irgendwo da. Oder auch nicht. Ein Stückchen höher, ein Stückchen höher. Moment, da ist er. Boah, voll da eben. Oh, jetzt. Nein. Das war zu da. Er hat uns mit Sirius geholt. Ja, gut aus der Entfernung war, es ist auch keine, keine Glanztat mehr. Ähm, bei Amerisch ARX Reserve. Wollte ich mal auch mal sagen. Und dann mit Wasser oder Flash. Oder Sandi gleich. Wie? Oder Sandi. Ja, Mann, Oma, Sandi. Da ist ein besser aufgerüstet. Da hat noch keiner einen. Doch, einer fährt jetzt gerade rüber. Aber, zwei sind besser als einer. Ich. So. Hier wird uns endlich die zweite Wolke für vorne auch komplett endlich gekauft. Also, für Echtgeld oder für Serz? Serz. Alter, du zockst zu viel. Ich hab jetzt immer noch 1083, ähm, Serz. Du bist verkehrt, ne? Das weißt du. Jetzt laufe ich noch falsch rum. Guck mal, ob wir hier entlang, da entlang, ne, da kommst du nicht hoch. Nein. Werdest du nicht hoch, kannst du einfach nicht holen, das ist egal. Ja, klar, gar nicht holen, das ist halt nicht so premium wie dein. Ich hab' nur ein Bulldog. Egal. Ach. So. Du kannst ja auch da nur auf deinen Sandi dann, ähm, Design draufhauen, das nächste Mal. Oh, da ist irgendwie was im Weg gewesen. Ja, den Leuten. Ja, hab' ich nicht gesehen. Huiiii, was geht's runter? Und die halten auch ordentlich was, also da kannst du auch schön Gelände fahren machen. So, wir sind schon ein roter Bereich, wo ich nichts, äh, ansetzen kann. Da ist schon die ganze Station, der rote Bereich, wo ist ausgeweitet? Äh, normale Arbeite, ich kenne die Station noch von früher. Man, da war halt relativ viel gesperrt, da, mal da hinten, dann der Punkt war. Ja, ich steck mal gleich aus. Ja, ja, ich fahr' irgendwo mal hier, wo, irgendwie, hier. Haken verdeckt, sagen wir's mal so. Ja, mir ist es nicht eingefallen, was du hier eigentlich sagen wolltest. Ja, so verdeckt ist was anderes, aber... Er steht jetzt mal nicht so im Einflugschneise. Oder doch. Ich kenne die Basis, da existieren die noch komplett anders. Ja, und bin schon tot. Ja, ich kenne die Ausflugschneise.